Moin moin meine lieben Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Luigi's Mansion 3 für die Nintendo Switch. So, die Pyramide haben wir geschafft und jetzt geht's ab ins Welt der Wunder. So, mal gucken. Also, wir müssen noch einen Tod befreien. Mario und Peach. Ich bin gespannt, was das bei Welt der Wunder erwartet. Also, Leute, an Abwechslung ist dieses Spiel hier nicht zu übertreffen, muss ich sagen. Also, das habe ich noch nie erlebt, dass man so viele verschiedene Sachen machen kann. Und man hat überhaupt gar nicht so viele andere Möglichkeiten. Man hat so ein paar Sachen, diesen Stümpel haben wir. Das haben wir. Das ist schon ziemlich cool. So, ich bin gespannt. Und die Animationen sind einfach zuckersüß, ne? Oh, ist das hier so ein Zauberding oder was? Okay, sie hauen alle ab. Na gut. So, mal das Kartenhäuser mal wegblasen hier. Guck mal, wie sanft die runtergleiten. Das ist schon... Oh, da hätte ich vielleicht auch wegsaugen können. Hm, okay. So. Weggezogen, ohne den Würfel wegzubekommen. So. Lass eine Kiste machen mal auf. Kohle. Einmal so viel Kohle eigentlich, ne? Ähm, gut. Ah, da ist die goldene Maus. Da. Bei euch gibt es zwei verschiedene Wege, glaube ich. Einmal hier durch. Warte. Ah, guck mal. Tür. Komm mal rein. Ach, guck mal hier. Ist eher so Zauberei als Welt der Wunder, ne? Nein, nein, nein. Ich wollte noch in dem Raum bleiben. Und geh nochmal da zurück. Ich hab den Raum noch nicht erforscht. Oh. Ah, okay. Und dann hab ich Zauberwüffel bekommen. Nicht schlecht. Okay, mehr kann man hier, glaube ich, nicht machen. Dann kann das sein. Gehen wir hier durch. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ah, oh, 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 oh. So. Hängen nur Kohle, bis ich war nichts, was uns eigentlich weitergebracht hat. Das ist ja auch nur so ein Bonusraum hier. Dann komm wieder in diesen Raum rein. Also viel mehr ist hier, glaube ich, gar nicht. Im Badezimmer können wir kurz rum. Achso, ich dachte, ich könnte ja wohin schießen, aber das kann ich gar nicht. Hä? Okay, können wir noch mehr Sachen machen hier? Jetzt passiert das noch. Ach, soll ich die Karten aufsammeln? Vielleicht geht es da rum? Tatsächlich, also muss noch eine Karte sein, da oben an der Fensterbank. Muss noch irgendwo eine Karte sein, bloß wo? Da oben. Achso, okay, gibt es auch noch einen Würfel. Na ja, immerhin. Und die Würfel hat gefunden. Auch nicht schlecht. Können wir hier was mit machen? Guck mal, noch durchsehen. Oh, okay. 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 Wir haben wieder eins abgehauen. Aber den kriegen wir noch. Schade. Hätte ich gut gewesen. Egal. Okay. Gut. Gehen wir mal raus hier. Oh, schon viel passiert in diesem einen kleinen Raum. Und hier kommen wir schon mal durch. Hier kommen wir schon mal durch. Hier können wir durchgucken. Da sind die drei drinnen. Kannst denn schon wieder? Okay. Da können wir nicht längst. Ich habe nur sechs gewürfelt, habe ich gesehen. Hä? Kann man nur durchgucken, aber da passiert nichts? Durchsaugen? Pust kann ich auch. Das macht auch nichts. Irgendwas übersehen? Dann müssen wir uns hier im anderen Raum übersehen haben, oder? Muss es noch eine Tür geben, die ich nicht gesehen habe. Warte mal, geh mal durch. Stimmt, man kann auch oben noch rechts längs gehen, ne? Das haben wir gar nicht gesehen. Man könnte auch hier nach links gehen. Ihr habt wenn meine Aufmerksamkeit aufhören. Ist das bitte? Dann muss ich den Arm. Oder wenn du Schlezt im Arm... wasst uns die Gruppe zu Passieren so분. Wie kann man das Vor низf Candoren noch nicht mehr? Dann kommt aufhören. Wasst du ja dieses Entsignal? Dann kann man das aufhören. Oh! Hm? Meiner! Wie sieht man den nochmal? Achso, ja, stimmt, so war das, ne? Ah, dumm! Zack! Ja! Da ist auch noch ein Käfig, wie kommen wir denn da ran? Aber da kommen wir nicht längs, okay. Hier ist ne Kurbel. Okay, gehen wir hier rein? Okay, hier steht alles Kopf. Ach du Scheiße. Jetzt komme ich ja nicht mehr die Tür raus. Oh! 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 Warte mal! Hier wird er auskommen. Da kommen wir durch. Hast den zu drehen bekommen? Den drehen wir in der Richtung. Und dann? Ja. Das ist nicht so. Das ist nicht so. Aber das ist nicht so. Das ist nicht so. Aber das ist nicht so. Okay. Okay. Muss er irgendwas zu bedeuten haben? Was passiert? Mist! Okay, warte. Mach mal. Ah, woher ist der? Wo ist der? Ha ha! Hallo. Hallo, hallo, hallo! Oh! Mom! Will you kill me? Whoah whoaaah What's that girl that? Whoahow So, ich kann ihn füdern. So, widerlich ist heil. Mann, Mann, Mann. Schlüssel. Gut, Schlüssel haben wir. Oh, hier nicht durch jetzt, ne? Komm rein. Oh, willkommen zur Show. Ich bin nervig aus, die ganze Zeit mal abhauen. Was ist mit der Katze? Wie soll man so schnell? Ach so, warte. Ich habe gerade gefragt, wie soll man so schnell sein? Aber man kann natürlich Luigi nutzen. Der Fluidgy. Gut. 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 Mehr ist hier glaube ich nicht, oder? Nein, vielleicht das hier machen. Auf der Bühne rauf. Da ist der Schlüssel. Im Hinterstübchen. Da ist der Schlüssel. Im Hinterstübchen. Da ist die Tür, hinter diesem Ding. Aber wie kommen wir an der Tür ran? Oh, nicht. Also, vielleicht. Ah, sehr gut. Oh. 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 Oh, hier war der. Oh. Oh, der Fisch. die wir auch haben so, fahren wir da durch Natürlich geht das nicht so einfach. So lange gedacht, Luigi. Oh, fang den Hasen. Oh, cute. Vielleicht muss ich mir den Käfig setzen, glaub ich. Komm schon. Ja. Nein. Ich kann es doch nicht, aber ich kann es doch nicht. Ich schieße es doch nicht. Ach, warte mal. Muss man den hier durchlaufen lassen? Ja. Ja. Ja? Was soll der denn machen, der Hase? Okay, jetzt haben wir ihn. Was machen wir mit dem Hasen? Ich hätte gedacht, der müsste vielleicht hier diesen Weg hochlaufen. Das macht aber keinen Sinn, oder? Ich kann ihn noch ein tun. Hä? Ich muss doch irgendwie diesen Hasenfel benutzen. Was für was? 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 Wir müssen das ableuchten. Aber das. Das weiß ich. gar nicht so schwer ich dachte ich müsste diesen den weg da hochjagen aber muss ich gar nicht dumm abends ist der leichteste weg der einfachste die tür hier durch schwebten bett also spiegel sind doppel der ok kule und tada na gut coole zaubertrick und kreis hier durch die tür oder nicht Oh! Willkommen, wenn du das? Okay. Nein! Oh. Oh, wow. 3 maria wenn die zählen mit der tür da kann man irgendwie durch fahrer wie Oh, ja, 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 ja. Das muss ja engen Sinn haben, warum ich die Mütze aufhabe. Ach, warte mal. Alle drei, außer sie hat keine Mütze auf. Okay, warte mal. Ah, okay. Ich habe was gefragt hier gerade. Gut. Okay, aber das bringt mich trotzdem nicht weiter, weil ich immer noch nicht hinter die Tür komme. So, dann gehen wir erstmal hier unten rein. Die sehen sich noch irgendwie an, dass wir da irgendwie hinkommen. Okay. Na gut, das ist auch noch eine andere Tür. Oh, da sind die drei Hexen. Das ist der Zauberer. Die Mütze geht laut. Die nerven so ein bisschen. Oh, da sind die mütze. Oder? Oh. Ach Quatsch, wo bin ich jetzt? Bin ich in diesem Zimmer, wo ich schon mal war? Oder auch nicht. Oh. 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 Ah. Ich jetzt. Oh, yes! Oh, yeah! Ja! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. 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 So, wir machen eine kleine Pause hier und hoffen, wir sind beim nächsten Mal dabei. Bis dahin, tschüss.